Hallo, danke, dass du zu diesem Video eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich in dieser Serie mit zwischen die Worte der Anderen. Heute möchte ich dir einen Autor und ein Buch vorstellen, das mich echt schon einige Jahre begleitet. Das Buch selbst seit vier Jahren, der Autor noch deutlich länger. Und das Buch, was ich dir heute vorstellen möchte, ist Der tägliche Stoiker. Auf Englisch, The Daily Stoic. Wie du ja schon wahrscheinlich weißt, mag ich die Stoiker sehr gerne, ihre Weisheiten und beschäftige mich viel damit und habe ganz, ganz viel schon verinnerlicht, von dem ich dir gar nicht mehr sagen kann, dass es was mit den Stoik ganz zu tun hat, was ich total cool finde, weil es bedeutet, dass es einfach für mich genau das Richtige ist. Und diesen Daily Stoic, den habe ich bestimmt zwei Jahre lang jeden Tag gelesen, fange jetzt gerade auch wieder damit an. Und das sind einfach jeden Tag des Jahres sind das so kleine Geschichten. Also es sind wirklich kleine Geschichten, in denen ein bestimmtes Thema eine Rolle spielt, mit dem man sich an dem Tag dann vielleicht, wenn man möchte oder wenn es gerade passt, auch auseinandersetzen könnte. Ich lese dir jetzt nichts vor, weil es ist auf Englisch und ich weiß auch gar nicht, ob ich das darf. Deswegen gucke ich nur mal. Heute wäre zum Beispiel Respect the past, but be open to the future. Und dann gibt es halt hier oben immer ein Zitat und darunter eine Geschichte. Und ich finde das einfach so schön. Ich bin eine Zeit lang immer damit in den Tag gestartet und werde das jetzt, glaube ich, immer wieder machen. Ich finde das so schön, weil es so inspirierend ist. Es gibt so viel Kraft und es gibt so viel Mut in gewisser Weise. Und auf der anderen Seite dann aber auch wieder, das ist ein Selbstnachdenken und über die eigenen Handlungen nachdenken. Deswegen, ich bin ein ganz, ganz großer Ryan Holiday Fan, weil er mir immer wieder die Augen öffnet. Und ich habe auch den Newsletter von diesem, also vom Daily Stoic abonniert. Ich folge den auf Instagram. Vielleicht hast du auch schon mal gesehen, dass ich auf Instagram was von Ryan Holiday oder von den täglichen Stoicern geteilt habe. Also es ist auf jeden Fall etwas, was mich, was mich, was mich sehr begleitet. Und ich finde, dass es einen, der Stoizismus macht einem klar, dass das Leben endlich ist. Und das ist was total Gutes. Es nimmt ein Stück weit von dem Irrglauben, dass wir für immer da sind. Ich finde, wir machen uns oft vor oder wir vergessen so oft, dass das Leben endlich ist und dass jeder Tag dieses Ende ausmachen kann. Und schweben irgendwie in diesem Watte-Zeugs und sehen gar nicht, was wirklich ist, sondern sind zu sehr in unserem Kopf drin. Und anstatt wirklich die Realität, oder was heißt Realität? Realität ist ja auch sowas Relatives, aber das, was draußen ist, das, was um uns herum ist, das, was uns ausmacht, das, was das jetzt ausmacht, das sehen wir nicht, weil wir so viel im Morgen sind oder im Gestern. Und ja, es gibt ja, also aus dem Stoizismus kommt auch dieses Memento Mori, Gedenke deines Todes, dass du jeden Tag dir bewusst machst, ich bin sterblich. Das alles hier ist endlich. Deswegen gibt es nur jetzt. Wenn du was willst, dann jetzt. Und auf der anderen Seite sind die Stoiker natürlich auch total gelassen. Das ist ja auch das, was stoisch, meint man ja so, ja, emotionslos und sowas alles. Aber die Gelassenheit des Stoikers rührt einfach daher, dass er sich bewusst ist, dass er sich bewusst ist. Ich glaube, das reicht schon. Dass er sich bewusst ist, dass er sich nicht von Emotionen, nicht unbewusst auf Emotionen reagiert und dadurch das jetzt verliert. Ist das klar? Ist das eindeutig? Ich weiß es nicht. Ich kann so schwer in Worte fassen. Aber ich weiß, dass es mich total verändert hat, dass es in mir ganz, ganz viel verändert hat und dass es mich sehr bewegt und sehr, sehr und immer jeden Tag aufs Neue begleitet. Genau. Von daher, wenn du auch Lust hast auf solche Inspirationen, ist das total der richtige, gute Anfang. Gibt es halt auch auf deutsches Buch natürlich. Und jeden Tag irgendwie sich die zwei, drei, vier Minuten zu nehmen, um so eine Seite zu lesen, ist einfach unfassbar inspirierend. Deswegen eine riesige Leseempfehlung, natürlich. So, und jetzt danke ich dir, dass du bis hierhin geschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir gerne einen Daumen hoch. Wenn du mir Bücher empfehlen möchtest, dann schreib sie gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich mega freuen, wenn du das Buch oder andere Bücher der Stoiker kennst. Schreib sie bitte auch gerne in die Kommentare. Und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, klick jetzt auf Abonnieren. Danke, dass du mich siehst. Mach's gut, deine Andrea.